Hallöchen und willkommen zurück zu Redemption Summit V3 Grabgeflüster einem Live-LP. So, wir sind jetzt hier unten endlich mal in die... ja, unter Deck gekommen und da haben ein Hai gefunden. Den... ach echt, kannst du jetzt nur in den Eimer untersuchen? So, und da haben wir den... was? Den Lukenschlüssel und wir haben hier auch noch einen Eintrag. Der Eintrag der Guinness-Buchter-Rekorder. Okay... eine Luke, die nicht offen ist, aber alles unter Wasser steht. Hä? Nee, oder? Ein wütender Hai macht den Frachtraum unsicher. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nein, ich habe keine Lust, als Abendessen zu enden. Ich habe eine Idee. Ich könnte das Wasser mithilfe der Luke ablassen. Der Hai hätte keine Möglichkeit mehr, mich anzuknappern. Außerdem könnte ich sehen, was sich unter Wasser befindet. Echt jetzt? So eine glorreiche Idee hast du. Da hinten ist die Luke aber offen. Die ist auch offen. Und die da willst du öffnen? Also so schon mal nicht, okay. Na gut, wenn du die Luke so nicht öffnen willst, dann bleibt es uns ja nichts anderes über, als den Lukenschlüssel. Okay, da ist ja noch mehr Wasser drin. Ein Brett. Jetzt haue ich mal dem Hai ein Brett vom Kopf. Und gucke, was passiert. Ein Brett. Ah, okay. Das ist ein Kescher. Die Luke. Sie ist verschlossen. Ich kriege sie nicht auf. Vielleicht der Ring. Nee, auch nicht. Hm. Okay, hier sind die offen. Da ist sie zu. Auch nicht schlecht. So, irgendwie. Keine Ahnung. Kescher. Kann ich? Nee, geht immer noch nicht. Ich weiß gerade nicht, wofür ich diesen Kescher brauche. Doch, ich könnte mir schon vorstellen, wofür ich diesen Kescher brauche. Aber vorerst bräuchte ich noch einen Fetzen für. Und hier geht auch nichts. Auch nicht schlecht. So, wir haben ein weiteres Kartenfragment erhalten. Wo wir jetzt gar nicht wissen, wie viele jetzt überhaupt noch fehlen. Das ist nichts. Das könnten wir auch vergessen. Ach ja, stimmt ja. Ring und Glas. Da war ja immer wieder was. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Kescher. Hi, hi, hi. Nicht ganz. Ja, super. So, wie willst du den Kescher reparieren? Ja, es ist perfekt. Ich weiß nur gerade gar nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Kaum geht's mal wieder neue Folge aufnehmen und nee, bringt auch nichts. Zurückbringt uns aber auch nichts. Der kann uns nicht weiterhelfen und hier drin ist ja nichts weiter. Außer einen Kompass, der nicht funktioniert. Das ist doch mal etwas. Na gut, gucken wir nochmal hier drinnen. Nichts, nichts und wieder nichts. Ups, ich... Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. ich glaube wohl eher, das sind die Kugeln, die da gezeigt werden, als dafür müssen wir da unten wohl erst mal das Wasser ablassen. Ein Eimer. Ich muss mir was anderes überlegen. Wieso? Was willst du dir denn da anders überlegen? Es gibt nichts zu überlegen. Yeses, nee. Hier fehlt doch auch was. Was willst du denn hier machen? Yeses, nee. Schneid hier einen Vorhang ab. Dann machen Kescher fertig. Fertig, Ende aus. Hast du denn, Kescher? Die Kette kriegen wir auch nicht hoch. Und dem können wir auch nicht weiterhelfen. Das ist doch super. Okay. Wo kommt die Kanonenkugel her? Wofür brauchen wir eine Kanonenkugel? Ein Fischnetz. So, haben wir unseren Kescher. Da wollen wir bestimmt nicht rein. So, was fischen wir uns denn jetzt eigentlich? Ein Zitterrochen. Ich kenne Zitterrochen. Aber ein Zitterrochen? Sowas gibt es auch. Das Geisterschiff ist ein wahrhaft magischer Ort. Ich habe das Gefühl, in einer Unterwasserwelt zu sein. Mit unzähligen Fischen, Korallen und merkwürdigen Statuen von Seemonstern. Da ist ein riesiges Aquarium. Sogar ein Zitterrochen schwimmt darin. Ich habe gehört, dass diese Rochen Strom erzeugen können. Dieser Fisch könnte sich als nützlich erweisen. Ich habe die Wasserpumpe gesehen. Im Ernst? Im Ernst? Oh ja, jetzt pumpen wir hier gleich mal das Wasser ab. Das Wasser ist abgelassen. Dann werde ich mich mal umsehen. Yeah. Hat das Wasser abgelassen. Was denn das hier? Okay, da ist ein Zeichen dran. Ich habe nur keine Ahnung, was das Zeichen bedeuten soll. Hm. Nein. Nein. Oh, Hallöchen. Ein Stiefel? Hier, willst du ein Stiefel kaufen? Nur so ein Zeichen. Oh, ein Korkenzieher. Okay, wir brauchen noch was für den Korkenzieher. Hm. Okay. Was haben wir denn jetzt? Eine Kanonenkugel. Oh. Ist ja sehr interessant. Ich hätte es als Fischernetz genommen. Ist wirklich sehr interessant. Ich weiß zwar nicht, was ich hier gerade mache, aber irgendwie finde ich Teile, die ich benötige. Für irgendwas. So, da haben wir noch das Ding. Dann nehmen wir das Netzchen noch weg. Dann haben wir die drei Kanonenkugeln. Wow. Äh. Nein. Ah, okay. Pulver. Erst das Pulver rein. Dann den Ladestösel benutzen. Dann die Kanonenkugeln ein. Stecken wir am besten gleich mal. Ähm. Das habe ich jetzt aber nicht richtig gesehen, dass er jetzt zwei reingesteckt hat, oder? Oh, oh. Da fliegt uns die Kanone eher um die Ohren, als uns lieb ist. Ah, okay. Erst kaputt machen und dann können wir aus dem... Gleich brennen das ganze Schiff hier, ey. Zielen. Es bleibt aber immer genau da liegen, wo es war, ne? So, wir haben das zweite Seepferdchen. Was... Oh, noch ein Kartenteil. Oh. So viele Kartenfragmente auf einmal. Und uns fehlen immer noch welche. Wo soll das sein? Nordpol? Das soll wohl bei Nordpolesien sein, hä? Ich weiß nicht, wofür ich das jetzt noch brauche. Warte mal. Ein Stiefel. Willst du mich veräppeln? Meinst du nicht im Ernst? Doch, du meinst im Ernst. Jo. Mein Gesichtsausdruck müsstet ihr gerade sehen hier. Das ist ja wohl... Oh, Mann. Ich muss nichts mehr zu sagen, oder? Ah, ein trockener Raum ist definitiv einfacher zu erkunden. Im Ernst? Eine Statunahme. Boah, das Ding auch immer benötigen werden. Ich weiß wo. So, was haben wir denn noch hier? Irgendwas da hinten? Irgendwas da hinten? Oh. Okay. Ja. Sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus. Sieht immer gut aus. Boah, die Dinger dürfen wir mal so austauschen, sehe ich gerade. Ja, er traut sich nicht vorbei. Wollt ihr mich wirklich natzen? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ist einfach nur Austausch. Du musst doch nicht mehr machen. Oh, ein bewegliches Bild. Das Bild einer Sirene. Nein. Ladestock mit Haken steht wirklich da, Alter. Was soll ich jetzt machen? Das war's. Das Bild ist fertig und wir können nichts mehr machen. Genau. So. Ah, jetzt kurbelt der das Ding hier hoch. Und wir brauchen noch unseren Ladestock, wie es aussieht. Ein Armreif. Warte mal. Armreif. Was für ein Armreif. Für das hier? Nö. Für das hier? Sieht gut aus. Passt, wackelt und gibt frei. Hä? Was ist denn das hier für ein... Was soll... Hä? Okay. Hat er sich schon seine eigenen Leute zusammengebaut oder was geht hier ab? Ähm... Ähm... Noch ein Armreif. Äh... Was ist das da hinten? Kann ich da... Nee. Super. Drei-Zack-Zinken. Keine Ahnung. So, das müsste... Der Armreif. Ey, ihr seid doch nicht mal ganz weit groß. Was ist das denn? H2SO4. Verkorkte Säure. Ein Raben-Medailleur. Also wird das nicht mehr lang dauern, dann brauchen wir den auch wieder. Bootsmann. Nimm ein paar Leute und greif dir den Voodoo-Spinner. Nimm ihn die Schatzkarte ab und lass ihn über die Plank gehen. Das war also passiert. Mithilfe der Energie des Zitterrochens habe ich die alte Pumpe wieder starten können und es gelang mir, den Frachtraum zu betreten. Ich habe dort einige andere mechanische Kreaturen gefunden. Eine riesige Krage, die Türen öffnen kann. Einen Konquist... Was? Konquistator, der etwas in der Hand verborgen hält. Und einen kopflosen Papagei. Vor allem habe ich aber die Befehle des Käpt'ns gefunden, den Voodoo-Priester zu töten, um ihm seine Schatzkarte abzunehmen. Nun ist mir klar, warum das Schiff verflucht ist. So, und ich würde mal sagen, bevor wir wieder überziehen, würde ich hier mal einen Schnitt für YouTube machen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Let's Play bis jetzt gefallen hat und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei einem anderen oder vielleicht auch mal bei einem Livestream-Berweiser sein werdet. Dann wünsche ich euch natürlich weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und Tschüss.